Hier oben ein bisschen ausleuchten, dass uns da natürlich, wenn wir da hoch sollten, dann demnächst. Keine bösen Überraschungen, da lassen wir auch offen, weil man könnte ja auch da hochgehen mal. Ah, jetzt kommen wir auch hier hinten runter. Auch geil, da ist auch das Lapis. Langsam wird es auch eng im Inventar, aber wir haben ja auch ein bisschen Unratseugs, wo wir wegschmeißen können. Wir brauchen ja nicht so viel Gammelfleisch. Ups, trifft er mich noch? Ach, wir hätten auch, können gerade mal noch neue Stiefel bauen, ne? Ja. Da ist gerade irgendwas verendet. Ui, du bist hier gar nicht gern gesehen. Hat sich aber von selbst erledigt, das Problem. Alter. Meine Fresse. Diese Creeper, die bringen mich wirklich noch in den Verstand. Ich dachte, es wäre gerade noch einer. So, machen wir das hier mal weg, dass wir hier bessere Sichtfläche haben. Und beleuchten hier auch mal ein bisschen. Die wandern immer gerne. Das Wandern ist das Creepers Lust. Alter, jetzt kommt da natürlich doch doch einer oben raus. Als hätte ich es nicht geahnt. Alter, wo kommen die ganzen Opfer denn her? Da hinten kommen Laufenskelette anscheinend. Was will uns das wohl sagen? Wenn da jetzt ein Skelett kommt, das wäre natürlich nicht so gut. Jetzt robben wir auch nicht. Alter. Geh in die Lava, du Drecksau. Das, was du mit mir machen wolltest, erlebst du nun am eigenen Leib. Meine Fresse. Wo kommen die ganzen Opfer denn immer her eigentlich? Weiß es nicht genau. Ich bin immer noch irgendwie ein bisschen geschockt, verdutzt und was weiß ich nicht alles. So, jetzt machen wir hier zunächst mal ein bisschen einfach das Wasser aufpushen. Das war falsch. Mal gucken, wie weit wir das pushen können noch. Jetzt kommen wir nicht mehr hoch. Haha. Ja, es pusht sich noch ein bisschen. Jahu. Jetzt machen wir hier mal ein bisschen Licht rein. Dann bringen wir Licht ins Dunkel. Alter, hier ist aber wirklich eine Diamantenarmut anscheinend. Schon wieder ein Skelett. Oh, mein Rüstung ist noch ein Stückchen weiter in den Keller gesunken. Gold, Gold finden wir jetzt ab und zu mal, aber tja, von Diamanten weiterhin keine Spur. Gold, also zumindest ist jetzt anscheinend hier eine Rohstoffzunahme zu erkennen, was mir natürlich auch wieder gefällt. Anfänger. Ist denn hier ein Monsterfall oder was denn natürlich Vorkommende? Äh, wo war denn das Gold jetzt? Ach, da oben. Ach, voll, ein Block. Ein Block. Ein Block Goldkette. Dann haben wir wieder Lava, aber es sieht nicht so präckend aus. Zu viele Spinnen, wie ich hier wieder höre. Hört sich das Ganze für mich wieder nach einem Spinnensparner da oben an. Oder es ist einfach nur so eine kleine Sporn-Scheiße. So, hier haben wir das Gold gesehen. Ich glaube, dann werfen wir mal gleich noch einen Blick da oben hin. Und dann gehen wir wieder runter in die Base hier. Also, was heißt denn die Base? Und dort werde ich dann die Aufnahme auch beenden. Dann können wir das nächste Mal von dort aus weitermachen. Muss ich ja nicht unbedingt jetzt... Normal speichere ich nicht gerne in der Höhle, aber... Das wäre jetzt Schwachsinn, hier die Höhle zu verlassen. Ein Enderman höre ich auch noch. Den kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Alter, das hört sich auf jeden Fall nach einem Spinnensparner an. Und ich glaube nicht, dass das der ist, den wir schon entdeckt haben. Ich bin mir aber nicht sicher. Könnte natürlich auch sein. Aber es ist alles hier zu dunkel dafür. Da hatten wir ja doch schon ein bisschen was ausgeleuchtet. Vor allem, ich weiß gar nicht, ob wir den Spinnensparner selbst sogar ausgeleuchtet hatten. Kratzap. So, mal wieder was essen. Oh, unsere Rüstung ist natürlich nicht mehr vorhanden. Alter, da ist auf jeden Fall ein Spinnensparner. Das ist hier nicht mehr normal. Das kann mir ja keiner erzählen. Ja, da ist er auch. Cool. Mal eine kurze Übersicht. Wir haben zwei Spinnensparner entdeckt. Einen Skelett-Spawner und einen Zombie-Spawner bis jetzt. Alter. Scheiße. Oh nein. Bitte nicht. Ab ins Wasser hier. Davor der Enderman... Fuck you. Wenn der Enderman uns jetzt angreift, dann sind wir geliefert. Boah. Wir müssen ins Wasser gehen. Da kann der Enderman, glaube ich, nicht hin. Hey, wo war denn jetzt unser Weg runter? Alter. Nochmal Adrenalinrausch. Hier war der Weg runter. Wir müssen an die Base. Wir müssen unbedingt eine Eisenrostung jetzt und ein Schwert nochmal. Das ist natürlich gerade in einem sehr, sehr ungünstigen Moment ausgegangen. So, jetzt haben wir das Wasser natürlich weggemacht, aber das ist nicht so tragisch, hoffe ich mal. Das würde ich jetzt noch gerne machen, also diesen... Wir gehen da oben lang, weil, äh, ich traue dem Ganzen nicht, wegen diesem, äh, Enderman. Oh, da ist ja noch... Ach ja, genau, da war ja noch das Lapid Azuli, aber... Das holen wir erst gleich. Super, wenn wir schon hier eine Treppe haben, dass wir dann, äh, seitwärts daneben runterspringen. Oh, und jetzt auch diese Horrormelodie. Das erste, was wir jetzt machen, ist ein Eisenschwert schnell herstellen. Nein, Eisenrüstung. Ich weiß gar nicht, was alles kaputt ist, aber wahrscheinlich alles. Ach, Mist. Okay, wir hatten doch eine Doppeltruhe... Oh, nein, haben wir die abgelegt, die Doppeltruhe? Ja, das ist natürlich scheiße. Dann will ich das Holz nicht dafür opfern, für eine Truhe jetzt. Das bisschen Holz, das wir noch haben. Oh je, mini, da oben ist ja auch noch Wasser drüber, da könnte man ja eigentlich auch mal kurz aufhauen. Bitte kein Vieh kommen. Jawohl. Genau so ist das Ganze doch schön. So, dann machen wir die zwei aber auch noch zu. Fackeln haben wir noch, nur diese? Ja. Bauen wir uns direkt ein paar neue. Ich hasse das, wenn man immer nur einen Block von etwas findet. Vor allem, wenn man ewig lang sucht, hier nach dem Zeug. Dann holen wir jetzt keinen mit, weil... Ja, wir wissen es ja. Wir haben es ja gesehen, wir haben 62 Diamanten. Ey, da frisst mich ja ein... Ein Bär frisst mich da ja. Finden wir wirklich Diamanten. Ich wollte schon aufhören gerade. Hoffentlich lohnt es sich. Also hoffentlich kriegen wir mit der Glückshage hier ein bisschen was raus. So, jetzt nicht unüberlegt an die Sache rangehen. Zwei Blöcke. Drei Blöcke. Wie konnte ich die eben übersehen? Achso, wegen... Weil da Wasser war, glaube ich. Habe ich einfach nicht gesehen. Oder... Ja, hier unten sind auch noch Dings. Aber es sind auch nur drei Blöcke. Was heißt, es ist aber gut, ob... Ja, nicht draufhauen. So, jetzt haben wir auch ein bisschen Licht. Aber das gefällt mir nicht, weil ich... Und das gefällt mir auch nicht. Jetzt haben wir auch Platz, weil die Hacker nämlich kaputt ist. Aber hier scheint nichts anderes mehr zu sein. Naja, gut, dann bauen wir eben die drei ab. Das waren ja schon mal drei, oder? Wo ist denn der dritte hin? Ich habe gemeint, da wären drei rausgesprungen. Also, vielen Dank. Vielen Dank.